Nummer 4. Dieses Spray entfernt im Handumdrehen Eis von Autoscheiben. Es ist auch zum Entfernen von Eis an Türen und Schlössern geeignet. Ein Wischen mit dem Scheibenwischer genügt, um eine hervorragende Sicht zu haben. Gibt keine Gerüche ab und hinterlässt keine Flecken. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3. Dieses Spray entfernt sofort Eis, Schnee und Reif von der Windschutzscheibe des Autos, entheißt Schlösser und Bremssättel. Es hat eine schnelle Wirkung. Seine Formel ist ökologisch, hinterlässt keine Flecken oder Gerüche. Hervorragendes Produkt zum besten Preis. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2. Der Winter und seine niedrigen Temperaturen sind ein ernster Feind für Ihr Auto. Wie oft haben Sie morgens schon Zeit damit verschwendet, das Eis, das sich in der Nacht auf der Windschutzscheibe und den Fenstern Ihres Autos gebildet hat, wegzukratzen und dabei zu riskieren, dass das Glas ruiniert und verkratzt wird? Dieses Spray ist ein Enteiser, der in der Lage ist, Eis von der Windschutzscheibe, den Front- und Heckscheiben oder den Seitenscheiben Ihres Autos mit extremer Effizienz und Schnelligkeit zu entfernen, ohne jegliche Anstrengung und in nur wenigen Augenblicken. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Dieses Enteisungsspray ist ein Produkt, das schnell das Eis von der Autoscheibe beschmilzt. Das Spray hat eine sofortige Wirkung und ist einfach in der Anwendung. Geeignet für alle Arten von Glas oder Kristall. Bei sehr kaltem Wetter ist es ein Produkt, das während der Wintersaison im Auto aufbewahrt werden sollte. Im Lieferumfang ist eine Eiskratzerklinge enthalten. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Was ist分 der Wetterwacht könnte einem Kur Putra Geig bein D E 저 ein